Hey, ihr seid neu hier, stimmt's? Es gibt hier ein paar Regeln, die ihr kennen solltet. Bowerstone ist ein friedlicher Ort. Ich muss eure Waffen vorläufig konfiszieren. Hier gibt es Läden, Gasthöfe, jede Menge Leute, Spiele, alles Mögliche. Warum macht ihr nicht als erstes einen Abstecher in die Taverne? Es ist das Gebäude da vor euch, gleich die Straße hinauf. Oh, und haltet nach Lady Grey aus Show. Behandelt sie mit Respekt, sie ist unsere Bürgermeisterin. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bowerstone. Ich dachte jetzt erst eher, dass das die Dorfnutte wäre, aber Bürgermeisterin ist natürlich auch nicht schlecht. Hallo. Ich komm mal rein. Was ist mit dir? Handel. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Was kann ich denn kaufen? Kleidung. Hände. Aha. Die kann ich mir nicht leisten. Die sind schlecht. Aber die sind schon mal ganz gut. Was haben wir denn hier? Oberkörper. Kann man natürlich jetzt schlecht erkennen. Beine, Füße. Ach, guck mal später nochmal rein. Gut gemacht. Die Weste ist hin. Ich hätte euch ja geholfen, aber ich... Ja, ja. So, da oben ist, glaube ich, Maze. Ja, da steht ja schon. Hat Spaß gemacht, all diese Aufmerksamkeit, was? Ich habe von deinem Zusammentreffen mit der Wespenkönigin gehört. Ganz Bowerstone spricht darüber, aber man sollte sich das nicht zu Kopfe steigen lassen. Wie dem auch sei, deshalb habe ich dich nicht herbestellt. Dunkle Kräfte dreuen über uns, die dein Rieseninsekt verblassen lassen. Sag mir, was weißt du noch von der Nacht, als ich dich zur Gilde brachte? Von dem Überfall auf Oakvale? Nicht viel, darauf wette ich. Was für eine Nacht. Ich dachte, die Räuber hätten deine gesamte Familie niedergemetzelt und dass du der Nächste sein würdest. Es scheint noch einen Überlebenden gegeben zu haben. Deine Schwester. Es ist nur ein Gerücht, fürchte ich. Genaueres weiß man noch nicht, aber ich dachte, du solltest es wissen. Und besorg dir um Himmels Willen anständige Ausrüstung, Junge. Diese Standardzeug kannst du vergessen. Standardzeug. Unsere Schwester lebt, ja? Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Huhu. Schnell, folgt mir! Okay. Ich folge dir, kleines Mädchen. Watschel die da her. Auch nicht schlecht. Platsch, platsch, watsch, watsch, watsch. Wie so ein Trampeltier. Aber kleine Kinder eben. Was hast du denn, mein kleines Mädchen, hä? Oh, da hinten liegt, ja? Der Himmel sieht heute... Wehe mir. Mein Sohn ist krank. Mein Sohn, mein armer kleiner Junge. Wir haben ein Picknick am Aussichtspunkt gemacht, wo er diese... komischen Pilze fand. Die Hexe in Bowerstone Key sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie benötigt jedoch noch weitere Pilze, um ihn zu heilen. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss für Aldi sorgen. Könnt ihr uns helfen? Für Aldi sorgen, ja. Okay. Von welchem Aldi reden wir? Süd oder Nord? Ja, gehen wir zu deiner Mama. Ihr Entler folgt? Ja, ja, das hatten wir doch schon. Ah, jetzt ist sie auch pink. Ist hier hinten noch irgendwas? Na gut, helfen wir denen auf jeden Fall mal. Wir sind zwar böse, aber... Kellertür der Taverne ist verschlossen. Okay. Mein Körper besteht aus Zucker. Hoffe, ich falle nicht in eine Teetasse. Ich falle in eine Teetasse? Okay, was haben wir da noch? Das geht auch nicht. Da ist ein Schmied, mit dem können wir auch gehen. Ah ne, ist nur Handeln. Also sind nur die grünen Punkte auch welche, die irgendwie so kleine Quests geben. Hier drinnen ist zum Beispiel eine. So. Ah ne, da. Anleitung. Um bei Paare zu gewinnen, müsst ihr alle Kartenpaare innerhalb des Zeitlimits zusammenbekommen. Zunächst liegen alle Karten verdeckt. Zeigt mit dem Cursor auf eine Karte und drückt linke Maus, um sie umzudrehen. Nachdem auf diese Weise zwei Karten umgedreht worden sind, bleiben sie offen liegen. Wenn es sich um ein Paar handelt, sonst werden sie wieder umgedreht. Worauf hättet ihr Lust? Gut, klingt also nach Memory. Wie viel wollt ihr wetten? Wir wetten mal... Etwas Kaltes zu trinken, bitte. Machen wir mal, äh... Zwölf. Okay. 30 Sekunden. Oh, bei wie vielen Karten? 16. Okay. Kann ich jetzt nicht viel bei reden. Das ist 6, 6, 8, 3, 8, 7 hatten wir noch nicht. 4 hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. 10 hatten wir aber schon. Oh, 1. Zeitdruck ist nicht geil. Zeitdruck ist gar nicht geil. Die 4. Wo ist die 4? Hier, da ist die 4, die 3, die 7, 10, 10, 7, 7. Boah! 29,1. Oha! Das war knapp. 29,1 Sekunden bei 30, die wir hatten. Aber es hat, äh, funktioniert. Mit neuem Rekordergebnis gewonnen. Ich hätte gern etwas... Wie wär's mit... Vielleicht kommt ihr ja mal wieder auf ein Spielchen vorbei. Okay. Egal was. So, was ist mit dem da hinten? Ihr seht aus, als könntet ihr ein paar Extramuskeln vertragen. Einen besseren als mich findet ihr nicht. Du hast ein blaues Auge. Heuert ihr ihn nun an oder nicht? Nee, nee, nee. Wie ihr meint. Ist okay. Das reicht erstmal. Da hinten ist noch was. Da ist auch noch ein grüner Punkt. Ihr seid also grüner. Ist doch hier drin. Ist doch verschlossen. Genau. Da ist aber noch ein grüner Punkt. Da oben ist auch noch einer. Können wir auch mal da hochgehen? Äh, nee. Noch ein Stück höher. Gucken wir mal, was der von uns will oder die. Wir haben uns ein Hühnchen gerade im Weg. Was haben wir denn hier? Oh, eine Schule. Ein Held. Was? Oh, hallo. Vergebt mir. Mein Name ist Gaut. Ich bin der Direktor dieser Schule hier. Allerdings macht die Schule derzeit nicht viel her, so wie Lady Grey ständig unsere Gelder streicht. Sie hat die halbe Bibliothek verkauft. Als ob Villen wichtiger wären als Unterricht für unsere Kinder. Aber egal. Wenn ihr uns geeignete Bücher stiften könnt, die ihr auf euren Reisen findet, tätet ihr uns einen großen Gefallen. Oh. Hallo. Ja, das machen wir doch. Das ist Hühnerschreck. Der Hühner. Sogar Lehrer müssen mal schlafen, wisst ihr. Vielleicht könntet ihr morgen vorbeikommen. Ach so. Jetzt wird's dunkel. Ja, geil. Jetzt würde ich ihm gerade ein Buch geben. Was? Wir haben ja einige gefunden, ne? Na gut. Aber vielleicht können wir in der Dunkelheit hinten in den Keller rein. Das kann doch sein, oder? Wollen wir das gleich mal ausprobieren. Was haben wir denn hier noch? Oh, Bowerstone Kai. Ah, da müssen wir doch auch hin. Irgendwas mit Pilzen war doch hier, ne? Nein, sagt nichts. Euch schickt eine nervige junge Frau mit einem kummertösen Kind. Tut nicht so überrascht. Ich bin eine Hexe, wisst ihr. Donnerstags deute ich Teeblätter. Und ihr seid auch nicht der erste Dummkopf, den sie schickt. Sucht mir vier blaue Pilze. Dann kann ich ein Gegenmittel brauen. Aber keine Eile. Es wird ihn nicht umbringen. Der kleine Bengel amüsiert sich wahrscheinlich königlich. Ah ja, okay. Ich glaube, hier amüsiert sich nur einer königlich. Und das bist du, du olle Hexe. Was haben wir denn da unten noch? Schiffe. Ah ja. Möchtet ihr die Tochter des rauschbettigen Glatzkopfes kennenlernen? Ja, machen wir mal. Ah, das sind gute Neuigkeiten. Ich glaube, sie fühlte sich schon etwas einsam. Es ist so. Sie mag Männer mit einer Frisur wie auf diesem Bild hier. Äh, der Kochtopf. Ah ja. Wenn ihr so aussieht, kann ich euch vielleicht vorstellen. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Ich bin ganz in der Nähe. Ihr habt eine Frisurkarte gefunden. Zeigt sie eurem Barbier, damit er euren Kopf entsprechend verschönern kann. Okay. Das ist ja auch cool, dass man noch die Frisur ändern kann. Ich dachte, wir wären jetzt so ein fixer Charakter. Aber jetzt können wir uns tätowieren. Wir können die Frisuren ändern. Ist ja ziemlich geil. Und man muss diese halt finden. Und das finde ich jetzt auch nicht als so schlechte Lösung. Wäre vielleicht jetzt auch cool gewesen, wenn man es von vornherein einfach hätte bestimmen können. Aber wie man merkt, ist das ja auch questbedingt noch abhängig, wie man da aussieht. Und von daher... Der Himmel sieht heute toll aus. Aber was ist das? Vielleicht kommen wir jetzt hier ran. Ist immer noch abgeschlossen. Na, wie kommen wir denn da ran? Wo ist denn der Schlüssel? Wir haben doch einen Silberschlüssel. Warum funktioniert das denn nicht? Was bedeutet eigentlich Hülle? Gehen wir mal wieder in die Taverne. Vielleicht mal mit dem Schankwirt reden. Alles in Ordnung. Ah, in der Gilde wachst du. Stehe zu Diensten. Kaufen. Gegenstände. Geschenke. Macht Pralinen. Nahrung. Mostkiste. Bier. Ja, lassen wir mal. Spitzenpreise. Ja, oder sowas. Zäumendes Bier. Hm, na gut. Kommen wir wohl irgendwie noch nicht ran. Oh, da hinten ist wieder so ein Portal-Dings. Was ist denn da? Aha. Wo kommen wir da? Aussichtspunkt? Ne, da wollen wir noch nicht hin. Ne, noch nicht. So, G drücken hat er gesagt. Hat funktioniert. Heldengilde. Teleportieren. Jetzt kriegen wir ja neue Quests. Vielleicht vorher nochmal speichern. Ähm... Optionen. Weltspielstand. Spielstand 1 überschreiben. Ja. Okay. So, was haben wir denn hier noch für eine Quest? Schützt die Obstfarm. Helft den Wächtern, die Obstfarm gegen die angreifenden Räuber zu verteidigen. Führt die Räuber zu den Kisten und steht Schmiere, während sie sie stehlen. Aha, bei der einen kriegen wir 1000, bei der anderen 750. Aber ich glaube, wir sind ja böse und dann greifen wir die Obstfarm an. Ich glaube, das ist... Quest und Großtat übernehmen? Was ist denn eine Großtat? Ne, wir machen die Quest. Spiel wird gespeichert. Gut. Dann, äh... Oh, da draußen ist eine... Ist eine neue Aufgabe für uns. Suchen wir den da hinten doch mal auf. Der da gerade vor uns wegrennt. Schäumendes Bier. Ist das denn da? Bleib stehen. Ah ja. Die Führung kommt nur... Hier leben die Diener, die sich um die Gilde kümmern. Aha. Wie steht's in unserer Welt? Schön, dass ihr euch so für die Gilde interessiert. Also gibt der keine Quest oder was? Na gut, dann nicht. Dann geht's jetzt raus und dann greifen wir mal die Obstfarm. Und machen damit dann unsere erste böse Quest. Ich bin gespannt. So, sieht also ein Held aus. Ich bin auch gespannt, wie ich das hinbekommen habe mit dem Rumstückeln der Folgen. Wäre schon schön, wenn ich das, äh, soweit ganz gut hinbekommen hätte. Ah, ich musste mich jetzt... Boah. Ich saß jetzt, glaube ich, zwei Stunden in derselben Sitzhaltung. Jetzt tun mir langsam die Beine weh. So. Ähm. Da oben ist wieder ein neuer Quest. Hey, Mann. Oh, was ist das denn? Hey. Sprecht ihr mit mir? Ne, mit deinem anderen Ich. Wisst ihr, durch Schallwellen kann euer Kopf in die Sonne wirbeln. Ich hab's gesehen, Mann. Hätte ich meinen Pilz der Wahrheit nicht in der Gilde verloren, könnte ich es euch zeigen. Ja? Ja. Okay. Der ist nicht mehr ganz dicht. Hey. 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 Wenn ihr ganz still steht, kann ich euer Skelett sehen. Echt abgefahren, Mann. Also ich glaub, die haben sie nicht mehr alle. Ihr seid von der Gilde, stimmt's? Mann, toller Ort. Hey, wenn ihr dorthin zurückkehrt, findet ihr vielleicht unseren Pilz. Ich stand auf diesen Trittsteinen in dem Teich, wo die Tür spricht. Mann, der flog mir förmlich aus der Hand. Okay. Also in den Teich gefallen, ne? Mhm, 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 mhm. Bin ich mal gespannt. Great Wood Eingang. Okay. Ja. Achso. In der Machtய based. Okay. Hey.